Billbier 1, die erste. Billbier, weil's so gut schmeckt, immer in einem Zug. Stopp, 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 stopp. Gehört. Das ist eine Bierwerbung. Ja. Und ich möchte, dass die Leute merken, wie's dir schmeckt. Kannst du das irgendwie besser zum Ausruf bringen? Ja. Ja? Geht das? Okay. Können wir mal ein neues Bier haben? Ja. Danke. So. Billbier 1, zum Zweiten. Und bitte. Billbier 1, zum Zweiten. Billbier, weil's so wahnsinnig gut schmeckt, immer in einem Zug. Halt. Halt, 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 halt. Das war schon ganz gut, aber wer hat denn dieses Bier hier vorbereitet? Da war überhaupt kein Schaum drauf. Können wir mal ein richtiges Bier haben? Das ist eine Bierwerbung. Tut mir leid, Geht. Können wir es nochmal haben? Ja? Okay. Gut. Bill, die dritte. Und bitte. Kamera läuft. Billbier 1, zum dritten Mal. Billbier, weil's so gut schmeckt, immer in einem Schlumpf. Stopp. Halt, halt, halt. Du weißt warum, ne? Warum? Versprecher. Tut mir leid. Ach so. Schlumpf. Schluck. Kamera läuft. Billbier 1, die 14. Weißt du? Billbier 1, schluck. Okay. Ja. Halt, 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 halt. Das war schon ganz gut, Gerd. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist, wie das hier ausgeleuchtet ist. Könnten wir das mal ein bisschen anders ausleuchten? Okay? Zehn Minuten Pause. Kommst du mit in die Kantine? Ein Bier trinken? Kommst du mit. Das war mir was. Vielen Dank. Ich kenne fünf. - People's up- Pas-